Also genau wie die Beckskisten gehört doch Chantal zum Inventar. Chantal, was soll ich dir für eine Frage stellen zum Hafen? Eine Frage willst du mir auch noch stellen? Du, ich schlepp hier den ganzen Abend die Kisten. Jetzt willst du mich auch noch fragen. Ich bin fix und fertig von dieser Plackerei her. Wie viele von den Kisten hast du denn selber schon ausgetrunken hier? Naja, also fünfmal den Keller voll. Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Chantal, du bist einer der treuesten Gäste hier. Was treibt dich immer wieder hierher? Du, ja erstens wohne ich ums Eck. Ist natürlich immer ein großer Grund für mich, weil ich brauche ein Lokal, wo ich dann morgens nicht mehr allzu weit habe. Mit dem Bus dann irgendwie so durch die ganze Stadt zu fahren, mache ich nicht. Also schon, dass ich in der Nähe wohne. Das ist quasi mein verlängertes, mein erweitertes Wohnzimmer. Ja, es ist für mich wirklich so eine Stammbar, wo man so schön sitzt und wo man weiß, man trifft halt immer auch Freunde. Man sitzt da halt nicht alleine. In meinen zehn Jahren hat sich einiges getan. Die einen kommen, die anderen gehen, die einen suchen gerade einen Liebhaber oder einen Lover oder wie einen Ehemann oder whatever. Dann sind sie wieder weg ein paar Monate und schwupps stehen sie wieder vor der Tür. Ist doch so. Ja, es ist doch so. Ja, es ist doch so.